Willkommen zu einer neuen Folge von Meinungsmonopol. Nie gab es mehr zu tun. Heute tauchen wir in ein brisantes Thema ein, das die Gemüter spaltet und die politische Landschaft Deutschlands beeinflusst. AfD-Verbot, ja oder nein? Robert und Sven werfen in dieser Podcast-Episode einen kritischen Blick auf die Debatte rund um ein mögliches Verbot der Alternative für Deutschland. Die politische Lage ist gespannt, die Argumente sind vielfältig und die Meinungen prallen aufeinander. In einem offenen Austausch analysieren die beiden Gastgeber die verschiedenen Perspektiven, beleuchten Hintergründe und geben Raum für kontroverse Diskussionen. Herzlich willkommen zu Meinungsmonopol. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nie gab es mehr zu tun mit Dr. Robert Langer und Professor Dr. Sven Reuter. Nein. Ja, meinen Doktor habe ich aber gekauft. Ja, ich auch bei Ebay. Ja, wir wollen heute mal darüber reden. Deutschland brodelt. Die Bauern sind auf der Straße, machen Demos. Es geht Demos gegen Rechts, Demos gegen AfD. Und es ist so ein Thema, wir wollen einfach mal darüber reden. Ich finde, Bauern hatten wir ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Ich finde gerade ein bisschen schade, dass das Thema ein bisschen untergeht. Und wir wollten einfach oder ich wollte heute einfach mal das Thema sprechen. AfD-Verbot, ja, nein. Und sind diese Demos gerechtfertigt? Robert? Diese Rechten oder was? Ja, einfach generell das Thema AfD-Verbot, Demos gegen Rechts. Was hältst du davon? Also AfD-Verbot, so oder so, Parteiverbot finde ich schwierig. Quatsch. Und wir müssen ja die Politik lieber besser machen. Es gibt ja einen Grund, warum die sehr starken. Ich komme aus einer Zeit, es gab schon mal bei uns eine rechte Partei, da hatten alle Angst. Die waren bei Gott nicht so groß wie die AfD dann. Welche war das? Republikaner? Naja. Und NPD gab es ja auch noch, gell. Ja, aber die waren wirklich gesichert rechts und die Republikaner waren ganz so, auch so zwischendrin. Genau. Die waren schon rechts, ja. Die waren mal vertreten, der Baumbahn. Also die Moment, Moment, rechts, da kommen jetzt, jetzt haben wir wieder verplappert, rechtsradikal waren die. Und es gibt in Deutschland keine rechte Partei, aber da können wir nachher gleich überschwätzen. Aber das Thema damals war eben, alle haben Angst gemacht vor dieser rechten Partei und das ging damals schnell runter, weil da hat die CDU halt sehr gute Arbeit gemacht, muss ich schon sagen. Die haben ganz, ganz schnell die Themen angefasst, ganz, ganz schnell so getan, als ob sie es lösen. Alles gut, sie haben es auf jeden Fall probiert und der Bürger hat sich dann wieder abgeholt gefühlt und hat die dann halt einfach nicht mehr gewählt. Stimmt, die waren in Baden-Württemberg, war die Zeit lang mit im Landtag mit gewesen und dann ist sie irgendwie sang- und klanglos verschwunden, weiß gar nicht mehr, wann, warum oder vor AfD oder nach AfD. Einfach, weil es keiner mehr gewählt hat, weil man hat dann gesehen, wie die sind und was dahinter steckt und da war es aber einfacher. Die waren wirklich rechtsextreme, ja. AfD ist so, dass es, klar, Björn Höcke wissen wir, wir wissen, da sind rechtsextreme dabei. Also wer etwas anderes behauptet, ja, der weiß nicht, der verdrängt was an Rechtsextreme und Hitler oder irgendwas Nazi nachheulen. Es gibt wirklich Menschen, die sowas geil finden. Leute, ihr habt einen Matsch in der Birne. Aber eine rechte Partei, eine rechte, also das heißt, eine Partei, ich mache es jetzt ganz kompakt, die halt lokal ist, die regional denkt, die zurück also zurück zum alten Ehe ausgerichtet ist, so wie es früher war, das Gute immer sucht, ja, ist nichts Böses. Eine rechte Partei ist eine demokratische Ausrichtung, so wie die Linke auch. Die Linke ist auch schon kritisch, also links wie rechts ist beide schon ein Randbereich. Das Problem ist halt, in Europa ist allgemein so, wenn sobald eine rechte Partei entsteht, dann kommen immer Extremisten rein. Irgendwelche, die sagen, Grenzen zu EU weg, Euro weg, das weg, ohne zu denken, was das bedeutet. Und AfD jetzt, also ein Verbot, finde ich Schwachsinn. Ich finde einfach, wir sollten gute Politik machen. Genau. Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Demonstrationen sind okay, soll jeder hingehen. Gegen rechts demonstrieren ist immer kein schlechtes Ding. Wer unsere Podcast verfolgt, der kennt unsere Meinung zur AfD. Die AfD ist eine Partei, die ist meiner Meinung nach demokratisch gewählt. Es gibt wahnsinnig viele im östlichen Teil von Deutschland, deutlich mehr und westlich ein bisschen weniger. Aber jeder, der die wählt oder Protest wählt, der ist für mich kein Nazi in dem Sinne. Aber darf ich kurz da ein, wirklich, schau mal zum Beispiel auch im Osten. Ich kann mich immer noch entsinnen in die Zeit, in der Grenze gefallen ist. Ich die ersten Besuche hatte im Osten, auch beruflich. Und damals schon, ich war damals ein junger Kerl noch, ja. Damals noch, weiß ich, bin ich irgendwie in einem Bus gehockt oder irgendwo in einem Dings von einer Firma, sind wir mit mehreren Leuten irgendwo hingekarrt worden. Da haben wir gedacht, Mensch, hier gibt es nichts. Hier wird H&M neu gebaut, die Innenstadt wird neu saniert, die Straßen werden saniert, das Geld kommt alles herüber. Also saniert wird, aber es gibt keine Produktionsstätten. Es gab irgendwie ein großes Möbelzentrum. Also alles, wo die Leute ihr Geld ausgeben können. Aber so einen richtigen Arbeitgeber, der produziert, irgendwie weltweit verkauft, gab es damals nicht. Und das hat die CDU und die Regierungen, die danach lange an der Macht waren, einfach versäumt. Die haben dieses Land, diesen Osten zugrunde gehen lassen. Wirklich zugrunde gehen lassen. Richtig. Und so ehrlich müssen wir sein. Ja. Wenn du siehst, ich… Ich darf Ihnen intern was sagen. Eine große Firma, ich sage den Namen jetzt nicht. Ja, logisch. In Berlin gibt es eine Grenze. Also die ist nicht mehr jetzt wirklich da, aber es ist immer noch, wir wissen, der eine im Bereich ist Ost-Berlin und der eine ist West-Berlin. Der Arbeitgeber hat, das ist ein Konzern, extra seine Zentrale und seine Firmenanteile umgezogen in den Osten, weil dort die Gehälter geringer sind. Also jetzt noch, heute. Ja, da stellen wir noch die Unterschiede. Und die Mitarbeiter haben das Problem, dass sie im Osten, wenn sie bezahlt werden, weniger Rente kriegen. Ja. Also da brauchst du nicht fragen, da fählst du AfD. Natürlich. Also wer da in der, welcher Politiker da in der Birne sagt, also da muss ich auch wieder, da ist die Birne schwammig. Richtig. Da werde ich echt, echt sauer. Es ist ja immer so, immer wenn es wirtschaftlich den Menschen schlecht geht, dann suchen sie sich eine Partei, die denen das verspricht und das sind dann meistens rechte Parteien. Dann musst du gleich behandeln, wie hier. Genau. Auch jedes Bundesland hat so seine, ja, seine Unterschiede, weißt du, also wir sind halt hier so Industrie oder so, so Automobillastig. Und dann gibt es Länder, die sind halt auch was anderes ausgerichtet. Aber wir haben im Osten die komplett vernachlässigt. Wir haben immer schön hier den Solidaritätszuschlag rübergekarrt. Genau. Ja, ich bin ja geboren im Osten, kenne mich da ein bisschen aus, habe den Umbruch damals live mitbekommen und habe das dann, diese ganzen Wahlen, was versprochen wurde, damals von Kohl, glühende Landschaften und so weiter. Und nach der Wahl und der Wiedervereinigung kam dann das böse Erwachen. Wahnsinnig viele Firmen sind pleite gegangen, die Leute sind arbeitslos geworden, waren natürlich deprimiert, haben dann natürlich dann PDS, Linke und sowas gewählt gehabt und sind kritisch einfach geworden. Die wurden betrogen oder gefühlten sich betrogen. Die Gehälter sind heute noch nicht angeglichen. Und natürlich ist dann, dann begann diese typische Landflucht. Viele Jugendliche sind im Westen rübergegangen. Es gibt alte Menschen. Die Jungen, die noch da sind, sind immer kritisch. Man muss auch sehen, die DDR war wie gesagt ja abgeschottet. Es gab einzelne Auslande in dem Sinne, aber es waren keine Auslande, es waren halt Kubaner, Vietnamesen, solche. Und die waren dann in der Regel dann teilweise nicht unbedingt, wurde das gern gesehen, wenn die zusammen waren mit DDR-Bürgern. Und somit war natürlich so dieses Multikulti, wie es hier im Westen teilweise schon war mit den ganzen Gastarbeitern, war das einfach neu für die Leute, dieses Ganze. Und natürlich fühlen sich solche Leute, oder das ist, wie ich schon gesagt, immer so. Wenn es wirtschaftlich schlecht geht, dann wird immer auf andere die Schuld geschoben. Ich hatte damals eine Freundin aus Ostdeutschland, aus Ostberlin. War toll, war anders, menschlicher. Nee, war offener. Sehr, sehr offener, hatte nicht so diese Schönreden, die war sehr, sehr direkt. Also war eine schöne Beziehung, war eine gute Beziehung. Hat sich dann halt auch auseinandergelegt irgendwann. Aber ich denke gerne an die Beziehung, weil es war schon, also sie hat viel, viel mehr Meinung gehabt und war stärker in der Entscheidung. Sehr, sehr viel gefestigter als die Frauen im Westen. Und das ist ja schon schön, auch die Unterschiede zu sehen. Richtig. Ich glaube, die Menschen im Osten sind einfach mehr Wechselwähler. Die sind nicht so, ich wähle jahrzehntelang meine Partei und das ist meine Partei und Blinde der Folge der Blind, sondern... Blinde der Folge. Ja, Blinde der Folge. Nein, die Menschen schauen genau drauf. Gerade wenn es denen nicht so gut geht. Und es ist einfach im Osten so. Die Preise sind gleich, die haben die gleichen Probleme. Klar ist vielleicht wie überall auf dem Land, Wohnraum etwas günstiger. Aber sie haben die Wände durchgemacht. Sie haben eine Diktatur hinter sich. Da würde viel Framing betrieben auf andere Leute. Und die schauen danach. Und das ist das Problem. Und ich finde so ein bisschen das, was gerade passiert mit der AfD. Wie gesagt, ich bin kein Freund der AfD. Aber wir leben in einer Demokratie. Und wie du auch schon gesagt hast, es gibt immer diesen, wie ich es immer sage, halben Kuchen. Und der geht von links nach rechts. Und das ist einfach Demokratie, dass es so etwas gibt. Und immer besser. Es ist doch genau das, das zeigt, dass es bei uns funktioniert. Richtig. Und die AfD ist demokratisch gewählt. Und wenn 30 oder 37 oder 40 Prozent im Osten diese Partei wählen, dann sollte man sich fragen, warum werden diese Parteien gewählt? Und das, was ich überall auf Instagram oder in den Social Medien gerade sehe, ist, dass die Grünen, das SPD und weiß ich welche Parteien extrem gegen die AfD Framing betreiben. Und diese Demos gut finden. Und ich finde, das ist keine Demokratie mehr. Das ist einfach. Jetzt drehe ich es mal um. Jetzt vergesse mal kurz die AfD. Ich bin einer, der unheimlich für die Umwelt ist. Ich bin einer, der jetzt, du weißt, mit dem Bike unterwegs ist, Wintersport auch. Ich mag so nicht dieses Über-Tourismus-Ding. Ich mag einfach Natur. Ich mag, dass man die Natur auch leben lässt und dass man sich daran einfach erfreut. Die Grünen sind nicht für die Natur. Schau mal, wir haben sie gewählt. Oder sie wurden gewählt. Also ich habe sie nicht gewählt. Aber wer jetzt noch sagt, dass die für Umwelt sind, wie lange sind sie dran? Über zwei Jahre jetzt in der Bundesregierung. Zwei Jahre. Wir haben mehr Kohlekraftwerke angeschmissen. Wir haben hier in Baden-Württemberg, ich glaube, acht oder neun, Gasturbinen. Ölkraftwerke. Öl wird da verbrannt. Wir machen, ob jetzt CO2 oder Umweltverschmutzung hoch zehn, ist mir scheißegal, was das ist, was für Gas und was für. Baden-Württemberg war noch nie so dreckig wie jetzt. Der deutsche Energiemax war noch nie so dreckig wie jetzt. Ist ja nachgewiesen mittlerweile durch die ganze Kohle rauskommt. Und dann wird im Fernsehen immer Angst gemacht, ja, die Welt geht runter, was weiß ich. Das passt nicht. Also das ist eine Lüge, muss ich so ehrlich sein. Also ich empfinde das als Lüge. Und wenn du jetzt hier auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter gehst, dann tun sich jede Partei. Aber ich will jetzt die Grünen einmal ausarbeiten. Die Grünen feiern sich da und haben jetzt hier Sachen gegen rechts und hier die Umwelt und wir haben Windkraft und der Habeck hat irgendwie gesagt, wie viel Energie hergestellt wird. Aber er lügt. Er sagt nicht die Wahrheit. Er sagt nicht die vollständige Wahrheit, dass die nicht gespeichert werden können und dass diese Energie ins Netz in Europa eingespeist wird, damit es abgeführt wird, weil wir es zu einer falschen Zeit herstellen. Richtig. All das sagt er nicht. Und jeder, der sich ein bisschen, wir haben die Daten, das ist das Geile, das ist eine Demokratie, das ist alles, du kriegst die Daten, als jeder Bürger kann sich das reingucken, angucken und schauen, wohin geht die Energie, tagesaktuell, wirklich Echtzeit. Genau. Und wenn er das sagt, ich habe nach dem Ding geguckt, habe ich gesagt, was erzählt hat, dann habe ich da irgendwas verpasst. Und dann gucke ich und denke mir, ja, alles nach Ungarn, nach hier, was weiß ich, in alle Richtungen haben wir es verkauft. Richtig. Und abends haben wir wieder Strom gebraucht. Wir sind der größte Importeur. Stimmt, das hat sich geändert, das ist auch erwiesen, kann jeder nachschauen, auf Bundeswebseiten, wir sind mittlerweile Importweltmeister geworden, von Exportweltmeister, das heißt, tagsüber verkaufen wir es, müssen bezahlen, dass es abgenommen wird und abends kaufen wir wieder. Genau, und das verändert sich nicht und jetzt sind sie zwei Jahre, über zwei Jahre am Machen und ich finde es Katastrophe, ich finde es so schlimm, weil ich bin für unsere Umwelt, wir haben eine Energiewende, würde ich mich freuen, wenn wir Speicher hätten, wenn es hier funktioniert, wir können Step by Step in die Richtung gehen, aber wir machen nichts. Und jetzt die AfD ist halt so ein Ventil, weil, wenn ich jetzt schon mal, ich kann nicht die Grünen mehr, weil die Grünen sind gegen die Umwelt. Ich bin kein Linker, weil die linke Politik sagt, irgendwie, für nichts arbeiten musst du Geld kriegen, also du kannst raus, hocken, Däumchen drehen, jetzt übertrieben gesagt, überspitzt. Wir haben auch ein paar gute Sachen, wo ich okay finde, weißt du, also wenn du... Ja, klar, immer... So, FDP, FDP erzählt viel, die erzählt, was sie sich alles wünschen und alle haben tolle Ideen, das sind aber jetzt an der Regierung nix, die setzen davon nix um. Richtig. Null. Die Sachen von den Grünen, von der SPD, ja. Ja, genau, das jetzt so. Genau. Und so Kleinigkeiten, aber... So, wen haben wir noch? SPD? SPD? Entschuldigung. Ja, kein Problem, ist eine linke Partei geworden. Genau. Deswegen gibt es auch die linke Partei nicht mehr, weil die SPD sehr, sehr links ist. Und ich sehe das halt als Fehler an. Also diese Diskussion, da können wir immer weiterführen. Sondern ich sehe zum Beispiel so die Grundsachen als diesen, dass wir zum Beispiel an Mindestlohn erhöhen. Ich habe nichts, weißt du, wenn ich sage, ich bin gegen Mindestlohn erhöhen, denken alle im Kopf sofort, ah, der will den Leuten nicht das Geld geben. Nein, ich will, dass die Leute vielleicht steuerfrei sind. Also ich will, dass der Staat weniger in die Tasche greift. Mehr Brutto von Netto, weil wir sind uns ja genau... Aber richtig drastisch. Richtig, weil wir haben ja schon mal gesagt gehabt, die Erhöhung vom Mindestlohn ist, wenn man es jetzt durchrechnet, eigentlich... Von Arsch. Der Gewinner ist der Staat wieder. Genau, genau. Und nicht der Bundesminister. Richtig. Und wenn du die steuerfrei machst, ich sage, meinetwegen bis 30.000 Euro macht die Steuereinnahmen. Natürlich haben wir ein Problem mit Steuereinnahmen dann. Ja. Aber da musst du tatsächlich den Staat halt ein bisschen umkobeln und ein bisschen was verändern. Du kannst dann denen nicht das Geld immer komplett wegnehmen. Richtig. Und wenn einer eben wenig Geld verdient und uns vielleicht nicht auf der, weißt du, Bürgergeld empfangen muss oder sowas, weil er dann genug Geld hat, weil er keine Lohnsteuer abzufangen muss. Arbeit muss sich lohnen. Ja, genau. Wenn der sieht, Mensch, ich zahle kaum Lohnsteuer oder fast keine, mach das doch bis 30.000 Euro steuerfrei, also keine Lohnsteuer. Dann hast du immer noch Kranke und Krankenversicherung, Sozialversicherung, Rentenversicherung. Ich wäre sogar dafür zu sagen, mach da irgendwann ein Solidaritätsprinzip im Krankenversicherungsding. Also alle, die unter 30.000 oder unter 40.000 Euro verdienen, mach da eine ganz, ganz starke Abgrenzung auch in der Krankenversicherung. Lass doch gerne ab 120.000 oder 100.000 oder schon ab 70.000 oder 60.000. Mach irgendeine Idee, weißt du. Und da hat zum Beispiel Christian Linden immer gesagt, ja, er will das umsetzen hier. Einmal hat er gesagt, tolle Sache, Aktienrente und er will hier die Lohnsteuerkurve anpassen. Richtig, die kalte Progression an die Inflation. Also die Rente, das ist so, wie wenn ich jetzt 25 Euro in Aktien anlegen würde und sage, ja, jetzt habe ich meine Rente abgesichert. Das hat er gemacht. Wir müssen jetzt 100 Milliarden in Aktienrente einzahlen oder 200 Milliarden, so wie für die Panzer, müssten wir machen. Was haben wir gemacht? Das Bissle. Und diese Lohnsteuerangleichung hat er nichts eingehalten. Das ist lächerlich. Richtig. Es wird zwar ein bisschen angepasst, aber die Inflation war so groß, es ist wieder nur geschäftig. Also es ist schon lange hinfällig. Und nochmal, vielleicht kurz einmal die Leute, die einen Zweitjob haben oder sonst was, wenn die jetzt wirklich ganz wenig Lohnsteuer zahlen, wenig Abzüge haben, dann macht sich das echt bezahlt. Dann hat der Staat weniger Geld dazu. Aber der hat doch, und die, die Gastronomen oder der, der, der Unternehmer halt, der kann halt jemanden für 7 Euro auch einstellen. Nebenjob. Das ist ja kein Volljob. Funktioniert nicht. Aber Leute, es gibt da draußen einfach Jobs, wo du kein Hirn brauchst und da freuen sich manche, ich kriege 7 Euro für nichts tun, nur für einmal an und ausschalten, einen Schalter oder hier Teller waschen oder was weiß ich. Und wenn du etwas anderes machen möchtest mit mehr Leistung, kriegst du auch mehr Geld dann. Das geht, funktioniert in Deutschland nicht anders, weil wir haben einen Fachkräftemangel. Das heißt, sobald du in eine Fachkraft reinkommst, das heißt, sobald du ein bisschen Ahnung hast, kriegst du mehr Geld automatisch. Jetzt geht da nicht um 14 Euro noch was, sondern kriegst du 17 Euro. Und die müssen genauso einen Vorteil haben. 17 Euro ist auch noch nicht viel. Und das ist das, was mich ankotzt. Deswegen bin ich gegen das linke Zeug da auch, also die linken Ideen. Aber da muss man eine Debatte führen. Genau. Ja, von dem her sehe ich es auch so. Ich finde, AfD verbieten würde nichts bringen. Nachher gehen sie raus, dann kommt wieder eine Klage vom Bundesverfassungsgericht, dass es nicht rechtswürdig ist, stärkt die Partei wieder. Dann, selbst wenn es verboten werden würde, dann nennen sie sich um. Dann gibt es halt nicht mehr die AfD, sondern die BFD oder keine Ahnung, wie sie sich da nennen. Die wären sofort wieder da. Und wie gesagt, ich respektiere diese Wähler. Ja, die wählen dies nicht ohne Grund. Ich gehe davon aus oder bin mir sicher, oder viele sind davon keine Nazis. Ich habe Kollegen im Umfeld, die sagen, ich wähle AfD. Ich habe einen Migrationshintergrund. Ich wähle AfD. Ich habe die Schnauze voll. Und der ist mit Sicherheit kein Nazi. Kann er gar nicht sein. Und es gefällt mir nicht. Ich versuche, mich zu reden. Du hast auch keinen Verurteilung. Nein, natürlich nicht. Ich respektiere diese Leute. Und wir können nicht sagen, dass 20, 30 Prozent auf einmal alles Nazis sind. Das sind Protestwähler. Und Protestwähler sind für mich keine Nazis. Sondern wir müssten eins machen. Ich habe es heute, wie gesagt, in den Nachrichten gelesen. Da wurde getitelt, die AfD ist das Thermometer von Deutschland. Bedeutet, das ist nicht das Problem, sondern wir müssten die Ursache. Das heißt, wenn unsere jetzige Ampel das macht, was eigentlich 80, 70 Prozent der Bevölkerung wünscht, Neuwahlen, die Leute sind unzufrieden. Und je unzufriedener werden, desto mehr werden sie zum Protestfehler. Und das ist das Problem. Und deswegen finde ich es scheinheilig, dass sich unsere Ampelregierung jetzt hinstellt, wir müssen gegen Rechts demonstrieren und das machen, obwohl sie eigentlich dran schuld sind, an der ganzen Scheiße. Und das ist das Problem. Also überhaupt, dass eine demokratische Partei gegen eine andere demokratische Ausrichtung, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist undemokratisch. Das verstehen viele junge Leute gerade nicht oder viele jüngere Leute nicht. So sehe ich es. Das sind Unterschiede zwischen rechts oder rechtsextrem nicht verstehen. Richtig. Wir hatten das ja schon mal in unserem letzten Podcast. Was ist rechts? Rechts von links ist grün, rechts von grün ist SPD. Wo fängt rechts an? Wo ist jemand Nazi? Schwieriges Thema. Da hat, glaube ich, der Komiker, wie heißt er? Fällt mir jetzt nicht ein. Der hat einer mal gesagt, dass die Grünen und die AfD eigentlich gleich sind. Richtig. Das sind beide extrem. Ja, ja. Pass auf. Beide sind extrem und beide nutzen die gleiche Narrative, auch wenn sie in eine komplett andere Ausrichtung sind, in eine andere Richtung. Es fanden ja die grünen Wähler und die grünen Mitglieder und die grünen Politiker gar nicht gut. Aber wenn du es wirklich ganz neutral anguckst, ist es so. Und das soll eher als Lob sein an die Grünen, weil die AfD hat gelernt von den Grünen, wie man Politik manipulativ umsetzt, um groß zu werden. Genau. Das kann die FDP zum Beispiel nicht. Das ist eigentlich ein Lob. Die haben entdeckt, wie wird man groß. Ja, und FDP kann bis heute nicht. Also sie wissen nicht, wie man. Richtig. Unsere heutige Ampel, die macht ja genau das. Das ist ein Muster. Beispiel. Gegen die Bauern. Die sagen, der subventionierte Agrardiesel, das hört auf. Was sagt die AfD? Wählt uns, wir führen es wieder ein. Das ist genau dieses, die wollen es weg. Die sagen, das ist egal, was die Ampel abschafft. Die AfD, wir bringen es rein. Wobei da eigentlich im Konzept oder Parteiprogramm von der AfD steht, dass sie die Subvention massiv zurückfahren wollen. Weißt du, haben die jetzt ein Programm? Die haben schon eins gehabt. Die haben lange keins gehabt, absichtlich. Doch, doch. Grundsätzlich ist es so, dass sie komplette Subventionen, Bürgergeld und solche Sachen deutlich reduzieren wollen, Subventionen deutlich reduzieren wollen. Auch da. Ich glaube, jeder Bauer und alle wären dafür, wenn man auch die Subventionen vielleicht sogar alle wegbringt. Nur nicht über Nacht. Richtig. Also wir haben uns halt über Jahre hinweg ein Leben geschaffen, weil der subventioniert war. Du kannst dann nicht über Nacht sagen, jetzt kommt alles weg. Das geht nicht. Richtig. Aber du kannst natürlich überlegen, wie ist denn der Weg dahin? Also welche Subventionen lässt du weg? Und wie lange lässt du dem Unternehmer oder dem Bauer Zeit, um sich umzuswitchen? Das geht nicht einfach von heute auf morgen. Richtig. Wenn der weiß, in drei Jahren habe ich keine Subventionen mehr in dem Bereich, dann fängt er an umzubauen und umzuswitchen. Und wenn jetzt ein kleiner privater Wähler glaubt, das geht über Nacht. Nein, das geht nicht. Du hast was gebaut, du hast deine Hütten gebaut, aber du investierst, du hast deine Kredite. Du kannst dann nicht einfach sagen, in diesem Jahr gibt es keine Subventionen mehr. Das geht nicht. Manche Sachen geht es, also manche sind unwichtig. Aktuell wird ganz viel gestrichen, ganz ehrlich, das wissen die Bürger nicht. Ganz viel heimlich so gestrichen in vielen Branchen. Es gibt so kleine Subventionen, die für die Umwelt gut waren. Und ich hatte zum Beispiel einen Punkt, es geht immer um Kraftstoffverbrauch. Bei Speditionen zum Beispiel waren früher Alufelgen, Subventioniert. Da hat der Staat mitgeholfen. Nein, nein, da hat der Staat halt Geld gegeben. Warum? Weil die sind leichter. Die sind leichter als dann so ein normaler Felgensatz. Und dadurch sparst du Kraftstoff. Ja? Das ist eine gute Sache. Jetzt sagen sie aber, die Alufelgen kommen weg, weil das sieht ja, weißt du, Alufelgen sind ja Luxus. Ja, klar. Das ist kein Luxus. Alufelgen bei LKW ist eine Ersparnis. Ist gut für die Jungen. Haben sie gestrichen jetzt? Ja. Das sind so kleine Sachen, wo sie einfach, ja, da machen die Sachen. Die Leute denken so, ja, mein Auto, Alufelgen ist ja was Luxus. Nein, das passt da nicht, ja. Es hat alles seinen Sinn, weswegen das früher war. Zum Beispiel waren auch bei verschiedenen Branchen dann halt kleine Sachen gefördert, wo du weißt, sie brauchen dann etwas weniger. Sie brauchen ja irgendwelche langliebige Maschinen oder so. Und das wurde halt früher gemacht. Und das hat der Habeck jetzt einmorden müssen, weil er seine Spinnereien in eine andere Richtung hatte. Und er braucht halt das Geld und dann tut er halt die ganzen Sachen einfach über Nacht löschen, ohne zu wissen, was für einen Vorteil das hatte. Weil das Ganze war sehr bürokratisch. Das ist nicht so, dass du einfach gesagt hast, ich mache jetzt Alufelgen auf dem LKW und kriege mein Cash in die Teilung. Nein, du musst das beantragen. Du musst sagen, wie lange sie halten. Du musst sagen, wie oft du Räder wechseln. Du musst ja echt jeden Kack dokumentieren. Wenn man den Anteil bloß kriegt, du kriegst ja nicht die ganze Kohle. Ja. Aber es macht durchaus Sinn und da haben manche gesagt, ja, dann investiere es. Und natürlich war die Freude dabei beim LKW-Fahrer wieder. Ich habe ein schönes Auto. Gut, es war ein positiver Leben im Endeffekt. Das ist das Nächste. Dann hast du wieder die Fahrer begeistern können, dass sie den Job überhaupt noch machen. Ja. Und jetzt gehen die halt, ja. Ja. Ja, vor allem das Problem ist, wir fangen an bei uns. Ich meine, die Bauern in Deutschland sollen, haben Auflagen ohne Ende. Die sollen regionale Produkte sollen wir kaufen. Die sollen aber trotzdem günstig sein. Und ich sage nicht immer, das sind Subventionen in dem Sinne, sondern nicht so hohe Steuern. Und natürlich ist es für viele Leute, wo langsam sauer werden, weil, wenn wir so gucken, Deutschland investiert wahnsinnig viel Geld in andere Länder, was zum Teil auch gut ist. Ich meine, da gibt es ja immer so, keine Ahnung, wir subventionieren auch welche Radwege in Peru. Also ich habe jetzt gerade so ein Blatt vor mir liegen, wo eine Anfrage war von der CDU, CSU vom 13.12., wenn man da so guckt, was da ausgegeben wird für andere Länder. Also das ist schon krass. Also da steht zum Beispiel, wir haben 29 Milliarden für bezahlbare, sichere Energie in Südostasien investiert oder bezahlt. Dann haben wir, ich suche mal was anderes raus, was haben wir noch? 80 Milliarden nach Kolumbien für kommunalen Umweltschutz. Das muss man sich mal überlegen. 80 Milliarden, wir haben 100 Milliarden jetzt für unsere Bundeswehr gemacht. Dann haben wir über 106 Milliarden in die Zentralafrikanische Republik, an den Pakt für klimafreundliche ÖPNV-Systeme in Lateinamerika investiert, bezahlt und oder was haben wir hier, Peru 57 oder fast 58 Milliarden nachhaltige urbane Mobilität in ausgewählten Städten in Peru. Die Liste ist so lang, das ist wahnsinnig, was wir teilweise, wir subventionieren China mit Milliarden, was haben wir hier zum Beispiel Indien, 164 Milliarden für nachhaltige Stadtentwicklung, Smart Cities in Indien. Das ist, das ist Geld, ich meine, für uns. Manches sind Kredite, muss man auch ehrlich sagen, also manches kriegen wir Geld zurück. Natürlich. Das steht da jetzt nicht drin, aber dennoch, dennoch, das macht es nicht gut. Wir hauen da schon Kohle raus. Richtig viel. Genau. Ja gut, hier ist zum Beispiel ein Kredit, 185 Milliarden an Darlehen zu unterstützen, der Rückkehr von Binnenflüchtlingen im Irak. Also das ist brutal. Also wirklich, auch alle Darlehens kommen auch nicht immer zurück. Richtig, das ist ja genau das. Man gibt ein Darlehen und dann irgendwann erlässt man das Darlehen, aber die anderen Sachen waren wirklich Gelder, wo bezahlt sind. Und wenn man diese Zahlen sieht und dann denkt, bei uns wird das gekürzt. Wir zahlen CO2-Preis. Wir wissen nicht, wie wir unseren Bundeshaushalt hinkriegen. Aber Zahlen, wir zahlen für die EU, dann kann ich den Frust teilweise schon nachvollziehen. Und jetzt möchte ich was sagen. Viele Ökonomen oder Politikwissenschaftler kommen manchmal mit ganz radikalen Aussagen, die sagen, es bräuchte erst wieder einen Krieg, damit es hier wieder normal wird. Und ich sage nein. Du musst radikal rangehen. Du musst auch radikalische Veränderungen, so wie es die Grünen oder die SPD oder jetzt auch die FDP. Also so wie die große Koalition jetzt, die Ampel-Koalition jetzt rangeht, ist es, jeder, der ein Business hat, also jeder, der ein Unternehmen hat und eine Unternehmensberatung einholt, da wird die Unternehmensberatung gesagt, das, was ihr alles vorhabt, das ist too much. Das ist zu viel. Das werden eure Mitarbeiter ganz nicht mitmachen. Ihr werdet eine Fluktuation haben von 45 Prozent, macht weniger, macht sie hart. Also das schon, eine Veränderung musst du hart machen. Aber macht sie punktuell. Und tut euch eure Mitarbeiter nicht überstrapazieren. Ihr könnt ruhig jedes Jahr eine Veränderung einführen. Aber das ist eine breite Veränderung, was der Habeck und SPD mit der FDP jetzt machen. Und das also in jedem Unternehmen, wirklich die Unternehmensberater sagen, ihr habt einen Schatten, wenn ihr das macht. Wir helfen euch, die Hälfte davon umzusetzen. Aber ihr werdet heulende Mitarbeiter haben. Also die werden an der Grenze des Machbaren das mitbekommen. Und das ist das, was die Regierung falsch macht. Die hat da keine Ahnung von Business. Richtig, die nimmt die Leute nicht mehr. Das Problem, da war doch ein Netz, Ricarda Langen war doch beim Lanz gewesen, der hat sie auch gefragt. Habe ich leider nicht gesehen. Ja, der hat sie gefragt, schätzen Sie mal die Durchschnittsrente. Da hat sie ja erst ein bisschen rumgehadert gehabt, ein bisschen. Da hat sie irgendwas, nachdem er sie wirklich oft gefragt hat, hat sie gesagt, sie denkt bei 2.000 Euro. Und hat gesagt, nein, das Leute liegt weiter runter. Die weiß nicht mehr, was die Leute an Rente bekommen. Und das ist das Problem. Und wir sehen dieses Chaos. Und vor allen Dingen, wenn man den Bürgern sagt, man soll sparen, warum fangen die Politiker nicht bei sich an? Auf die Diäten. Würden sie nie machen. Ja, natürlich nicht. Aber mach doch mal ein Vorbild. Du kannst doch nicht immer Wasser predigen und Wein trinken. Und das ist das Problem. Das heißt, die CO2-Pauschale, die wurde gleich umgesetzt. Das Klimageld, was entlasten soll, dann rücken sie gerade wieder rum und jetzt heißt sie, ah, kommt 26, 27, das ist nicht so einfach. Ja, aber CO2-Pauschale, das war einfach. Und das sind einfach Punkte, wo mich nerven. Und da kann ich die Leute einfach verstehen. Die sagen, ich habe die Schnauze voll, die brauchen einen Denkzettel und ich wähle jetzt AfD. Ich finde es wahnsinnig gut. Das heißt, aber Schuld an der ganzen Sache sind genau die, die jetzt in der Regierung sind. Das ist die Ampel. Das ist die FDP, das ist die SPD und das sind die Grünen. Und die Grünen sind sowieso so krass, dass die einfach, die haben ihre Ideologie und die wird durchgesetzt. Das heißt, AKWs wurden abgeschaltet, knallhart, obwohl sie noch gut waren. Jetzt haben wir einen CO2-Ausstoß so hoch wie die letzten, ich glaube, von 92 war letztes Mal so hoch, durch die ganzen Kohlekraftwerke. Energie, diese Windräder, geht nicht voran. Wie gesagt, wir haben keinen Speicher. Das haben wir auch schon so oft gesagt. Es ist einfach nur Idealismus und die SPD macht nichts und die FDP will zwar, aber in der Faktik sagt. Also FDP, ich hatte jetzt schon ein bisschen die Hoffnung, dass die FDP ihre Hartnäckigkeit, die es in der Opposition gezeigt hat, in der Regierung dann auch zeigt. Die haben komplett die Krallen verloren. Ja, voll. Und dann verstehe ich, dass jemand AfD wählt. Natürlich. Das sind nur täuschte Wähler. Genau, weil die einfach sagen, da habe ich keinen Bock mehr, die machen ja nicht. Ja, die haben mich verarscht. Die sind sehr täuscht. Haben viel versprochen. Ja. Und wenn dann einer hinstellt und sagt, ja, wir machen doch so viel. Nee, macht ihr nicht. Macht ihr nicht. Ihr macht nicht das, weswegen ich euch gewählt habe. Genau. Und euch interessiert es ja auch nicht, wofür ich euch gewählt habe. Sonst würdet ihr mich nochmal fragen. Richtig. Wir hatten das bei uns mal hier zuletzt in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe. Da hatten wir einen, der ist da eskaliert. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, viermal hingewiesen. Viermal habe ich hingewiesen. Dich interessiert doch gar nicht, was wir wollen. Und er sagte, doch, im Chatverlauf steht es. Sag ich, nein. Und immer noch hat er nicht gefragt. Ja. Also ihm interessiert es nicht. Ihm interessiert es nicht. Ihm interessiert nur, wie toll wir sind. Und Hauptsache er hat sein Amt. Hauptsache er glänzt hier. Genau. Ja, man kämmt sich seine Haare schleimig. Und ja, Bullshit. Ja. Bullshit. Solche Menschen machen unser Land kaputt. Und solche Menschen treiben die Leute in die AfD. Nee. Richtig. Es ist diese sture, wie gesagt, ich habe dann einfach mal, ich habe ja mit diskutiert, ich habe dann einfach mal so ein paar Aussagen, weil da kam dann dieses typische Argumentationspapier, was dann immer kommt von oben, wie wir die Leute überzeugen sollen, wie toll wir doch sind. Und habe dann alle diese Punkte mehr oder weniger revidiert, dass sie eigentlich schwachsinnend sind. Und dann kamen wirklich dann so Aussagen, ja gut, mit euch kann man nicht diskutieren. Und genau das ist so ein Punkt, wenn ich jetzt ein Bürger wäre, dann würde ich zur AfD gehen und sagen, du kleines Arschloch. Wir brauchen es nicht. Ich mache mein Kreuz bei der AfD, weil dir zeige ich es. Weil wenn du mir nicht zuhörst, dann kriegst du einen Denkzettel und dann bist du raus. Und genau das ist dieses typische Problem, was wir gerade haben, dass der Bürger sich nicht mitgenommen, nicht gehört und die Leute, wie gesagt, 80 Prozent sind es leid, diese Ampelregierung. Die kotzt das an. Ich möchte aber kurz eine Sache sagen. Ganz wichtig ist mir, innerhalb der FDP haben wir gesehen, es gab diese Ampelbewertung, ja, raus, rein. Ja, nein. Davon war 50-50, kannst du sagen. Ja, passt. Also 50 Prozent, ein bisschen weniger als 50 Prozent, sind richtig geile Leute. Ja. Die haben richtig Bock, gute Politik zu machen und die gestehen sich ein, dass wir auch verlieren mal. Auch mal Fehler gemacht haben und wir sie auch ausbaden. Das bedeutet, Leute, wenn du wirklich sagst, dass du jetzt rausgehst, weißt du, dass wir viel arbeiten müssen. Die haben Bock dran zu arbeiten für diese Partei. Genau. Aber die anderen 50 Prozent, die halten sich mit Krallen fest und sind leider stärker und leider funktioniert so die Welt, wenn du den Leuten zehnmal das Gleiche sagst, ja, es wird besser, dann glauben sie es irgendwann, aber sind keine Macher. Genau. Und ich sage nochmal, ich bedanke mich für alle, die dabei sind und trotzdem das Aushalten in der Partei und trotzdem Mitglied sind und die, die jetzt aktuell vielleicht eine kleine Minderheit sind, also ein bisschen weniger als 50 Prozent, aber ihr seid stärker, wenn ihr zusammenhaltet. Genau. Und geht in die Diskussion auch, es muss auch die andere Stimme geben, aber man muss auch Mut haben, also unsere Parteidinger, sollte man haben Mut, man muss arbeiten wollen, man muss sagen, okay, wir müssen ehrlich sein, wir müssen nach vorne gehen und dann wirklich für den Bürger da sein. Genau. Und wir haben sie noch, nur müssen wir die anderen 50 Prozent auslöschen, dann sind wir aber wieder Nazi und das kann nur die AfD. Stimmt. Das machen wir, bitte nicht. Genau. Deswegen würde ich sagen, AfD-Verbot ist schwachsinnig. AfD-Protestwählen kann ich verstehen, finde ich aber persönlich absolut nicht gut und natürlich finde ich unsere Ampelregierung absolut meiner Meinung nach die schlechteste Regierung, die ich in meinem Leben miterlebt habe und kann somit teilweise die Protestwähler verstehen. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass die, wo gegen rechts demonstrieren und wenn einer kommt und sagt, ich wähle AfD, ihn nicht gleich als Nazi zu bezeichnen, weil das ist wieder genau auf jede Reaktion, erfolgt eine Gegenreaktion und das heißt, jeder AfD-Wähler, der eigentlich sagt, ich wähle aus Protesten und dann kommt der Nächste hin und sagt, du bist ein Nazi, der ist natürlich dann angesauert und sagt, okay, jetzt hast du recht. So und jetzt komme ich dazu. Also den Podcast, auch wenn jetzt hier in Deutschland es so wird, dass ich keinen Bock mehr habe auf das Land, könnte ich denn, also ich habe schon überlegt, tatsächlich, wir haben ja in Reuter jemanden, L.A., dann gehe ich halt dahin, dann musst du halt immer wieder zum Podcast, immer am Wochenende rüber chatten. Weil ich wandere dann aus irgendwann, also für mich ist es nicht so schwer. Ich habe die Bindung zu dem Land nicht mehr so nach dem jetzt, was jetzt gerade kommt. Ja, ich bin nicht so wie ein Bauer, der sagt, hier, ich habe mein Land, ich habe mein Dings, ich habe keine Kredite, ich habe kein Ding, wo ich weiß, ich muss, ich habe jetzt nicht irgendwas, wo ich hier gebunden bin. Natürlich habe ich Familie, Freunde, was weiß ich, ja. Aber, ich würde Nägel mit Köpfen machen, deswegen habe ich nicht den Drang, AfD zu wählen oder so. Ich sage ganz einfach, wenn AfD hier groß wird und es hier ein rechtsradikaler Staat wird, dann ziehe ich mich halt zurück. Ja, Österreich wäre, wenn Deutschland Nazi wird, wäre Österreich nicht gut, dann gehe ich da heile hin. Ja, wir hatten ja schon mal einen Österreicher, der viel missgebaut hat. Nein, aber genau, und das meine ich auch, das können halt viele nicht. Diese Einstellung muss man auch respektieren. Jeder hat eine andere Einstellung zum Leben. Ja. Und ich versuche immer wieder, die Leute zu verstehen, wenn sie AfD wählen, warum sie es machen. Ich gehe auch in eine Debatte und habe mich auch anschimpfen lassen schon. Aber die verstehen nicht, dass ich sie verstehe. Aber ich mit denen diskutiere, wie kommt es oder was müssen wir besser machen? Ja. Ich wurde schon mega angeschumpft von AfD-Wählern. Ich verstehe die AfD-Wählern komplett. Ja, voll. Ich meine, was würdest du denn jetzt wählen von den Parteien? Es ist gut, CDU gibt es jetzt auch. Aber wenn du die vielleicht nicht so 16 Jahre Merkel siehst mit SPD. Ich kann zum Beispiel CDU nicht mehr wählen. Aktuell. So wie es jetzt ist. Die Partei müsste sich auch überholen. Weißt du, wen ich gerne wählen würde? Wem? CSU. Dann musst du umziehen. Nein, nein, nicht Bayern. Ich hätte gerne ein CSU in Baden-Württemberg gegründet. Weißt du, eine, pass auf, eine regionale, eine rechte Partei, eine regionale, eine lokale, die einfach sagt, die vom Land, vom Bundesland, die Werte stehen über allem. Nein. Das macht der Bayer da drüben, der Söder. Ich würde jetzt mein Essen immer fotografieren. Ja. Aber alles gut. Wobei unser Söder immer ist ja auch. Aber tatsächlich würde ich gerne in Baden-Württemberg eine CSU singen. Oder der Heilwanger zum Beispiel. Heilwanger ist gut, ja. Freie Wähler in Baden-Württemberg oder auf Bundesländern. Da haben sich die Freien Wähler hier distanziert. Das ist scheiße. Richtig. Klar, also alles, was nationalistisch oder alles, was man macht, aber man macht Fehler in seinem Leben. Ich habe auch Fehler gemacht in meinem Leben. Also, hallo. Ich war ein Geschäftsführer von der Diskothek, wie viele Fehler ich da gemacht habe in meinem Leben. Gut, dann würde ich sagen, ich denke mal, unser Fazit ist klar. AfD-Verbot Schwachsinn. AfD-Wähler-Alles-Nazis-Schwachsinn. Volles Schwachsinn. Das Problem ist nicht die AfD, das Problem ist unsere jetzige Regierung. Wäre schön, wenn mehr Leute gegen unsere jetzige Regierung auf die Straße gehen würden, dass sie vielleicht doch überlegt und vielleicht doch Neuwahlen an. Und sie nicht von Rechtsradikalen, ich muss auch einmal aufwachen, von Rechtsradikalen irgendwie übermannen lässt. Genau. So wie die Bauern das gemacht haben, haben wir es echt gut gemacht. Da haben wir es immer schön distanziert. Super, genau. Richtig. Und das wäre schön. Und vielleicht könnten wir da unsere Ampel, vielleicht, was mein Wunsch wäre, dass unsere Partei, die FDP, doch aus der Ampel jetzt noch rausgeht, dass sie sagt, wir wollen nicht mehr, dass die AfD stärker wird. Wir machen das, was wir schon mal gemacht haben, lieber nicht regieren als falsch regieren. Wir treten aus der Ampel aus, dass sie gezwungen ist zu Neuwahlen und dass dann vielleicht dieser Boni kommt, dass die FDP und vielleicht sich wieder auf seine Werte besinnt und wir wieder normaler, alles normaler wird. Das wäre mein Wunsch für 2024. Dein Wunsch wird erfüllt. Von dir? Ja. Alles da. Vielen Dank, Robert. Und dann, danke nach da draußen und gerne Kommentare und Fragen. Wir bedanken uns. Ciao. Tschüss. 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 Dies war eine Produktion der Radical Live Studios. Nicht vergessen, folgt uns auf Spotify oder Apple Podcasts.